Schreibt in die Kommentare. Das Album ist in den Charts gekommen, das ist richtig fett, also ihr müsst euch das unbedingt holen, wenn ihr das im Laden seht, holt euch den Scheiß, ok? Danke, holt euch das gute Album, das beste ist das beste Mann, was ihr finden könnt, unsere Generation, sie schreiben richtig fette Texte, sorry aber Jungs, ihr seid Hammermann.